Neue Saison, neue Trikots. Einige Vereine haben schon die neuen Trikots für die neue Saison veröffentlicht. Der FC Bayern, PSG oder auch Arsenal. Beim FC Barcelona ist es dann Ende Mai, Anfang Juni so weit. Doch es gibt schon Leaks, wie die Trikots für die kommende Saison aussehen könnten. In diesem Video werde ich euch erklären, welche Unterschiede es bei den Fußballtrikots gibt, wer da auch alles mitverdient und warum die Fußballtrikots in den letzten Jahren so angestiegen sind. Vor ein paar Jahren hat ein Trikot noch 70 Euro gekostet. Mittlerweile sind wir bei mindestens 100 Euro. Das ist ein Preisanstieg von 42 Prozent. Und ich habe so Bock auf dieses Thema, daher legen wir sofort los. Vamos! Was gerade Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit. Wir reden heute über Trikots. Trikots, ein Thema, das mich schon zerpackt. Ich ziehe auch sehr, sehr gerne Trikots an. Ich kaufe sehr gerne Trikots. Denn ich finde, Trikots geben so einen ganz speziellen Wert. Man repräsentiert quasi das, was man gerne feiert. Den Verein oder auch die eigene Nation. Deswegen habe ich auch schon zahlreiche Videos zu diesem Thema gemacht. Ich habe schon wirklich zahlreiche Fake-Seiten getestet. Ob es jetzt Joy Football ist, ob es jetzt DH Gate ist oder B1 ist. Ich habe auch schon verschiedenste Trikots ausgepackt. Und auch als Kind hatte ich schon einen sehr, sehr speziellen Bezug zu Fußballtrikots. Ich habe das immer irgendwie gefeiert, wenn ich ein Trikot anziehen konnte. Vor allem, wenn es dann ein originales Trikot war. Ich habe das wirklich wie Gold behandelt. Und wir alle wissen auch, dass Fußballtrikots extrem teuer sind. Soweit ich mich erinnern kann, haben die Trikots damals so 60, 70 Euro gekostet. Mittlerweile sind wir schon bei mindestens 100 Euro. Bevor wir auf die Kosten eingehen, warum die Trikots so teuer geworden sind, schauen wir uns vorher mal die Unterschiede an. Denn es gibt im Grunde drei verschiedene Arten von Trikots. Zum einen haben wir die Fake-Trikots, die ihr ursprünglicherweise vom Bazaar bekommt oder von den zahlreichen Online-Shops, die es mittlerweile schon so gibt. Zweitens haben wir das Fan-Trikot oder auch Replica genannt. Achtung, lasst euch da nicht täuschen. Replica ist nicht gefälscht. Replica ist das Fan-Trikot, das im Grunde der Großteil trägt. Also das ganz normale Trikot, das ihr für 70, 80, 90, mittlerweile schon für 100 Euro bekommt. Und zu allerletzt haben wir dann noch die Authentic bzw. die Play-Edition. Das sind im Grunde genau die Trikots, die die Spieler am Spielfeld tragen. Diese drei unterschiedlichen Trikots kosten auch dementsprechend sehr unterschiedlich. Ein gefälschtes Trikot bekommt ihr so zwischen 20 und 25 Euro. Ein Fan-Trikot, das beginnt leider mittlerweile schon ab 100 Euro. Und dann haben wir die Play-Edition, die beginnt bei 140 Euro. Und Freunde, übrigens das, was ich hier gerade trage, ist auch ein Authentic bzw. eine Play-Edition mit Embleme, mit meiner eigenen Rückennummer. Und für die habe ich 160 Euro bezahlt. Das heißt, auch wenn ihr Emblem, Rückennummer und so dabei haben wollt, dann müsst ihr extra zahlen. Nun, viele werden sich jetzt nun fragen, was sind denn die Unterschiede von diesen Trikots. Und genau auf diese Punkte werden wir jetzt eingehen. Ich werde euch jetzt die Unterschiede zwischen den einzelnen Trikots erklären. Früher gab es nur ein Trikottyp, welcher von Spielern und Fans getragen wurde. Aber mit der fortlaufenden Leistungssteigerung des Spieler sind größere Ansprüche an die Trikots und deren Materialien aufgekommen. Hier als Beispiel das vom FC Bayern. Die haben das auf ihrer Seite wirklich sehr, sehr gut erklärt. Angefangen bei der Passform, die sich vor allem bei den Schultern und unten am Saum merkbar machen. Bei der Play-Edition hat man das Gefühl, dass das Trikot an einem klebt und es ist dementsprechend auch etwas enger geschnitten. Beim Fan-Trikot steht das Tragegefühl im Vordergrund. Als nächstes, was einem sofort ins Auge sticht, ist das Wappen. Bei der Play-Edition ist das Logo vom Ausrüster, also in dem Fall von Adidas, und das Wappen vom FC Bayern aufgedruckt. Beim Fan-Trikot ist es genäht. Das Aufgedruckte sorgt dafür, dass weniger Reibung entsteht und es ist zudem auch leichter. Das Aufgestrickte sorgt aber für eine edle Optik und eine lange Haltbarkeit. Und hier merkt ihr wieder, dass beide Trikots einen anderen Zweck verfolgen. Und auch bei den Materialien unterscheiden sie sich. Wenn ihr einmal beide Trikots angreift, werdet ihr es sofort merken. Klar, beide Trikots verwenden auch zudem unterschiedliche Technologien. Vor allem, wenn man schwitzt, kommt die Play-Edition deutlich besser klar. Bei der Play-Edition heißt das Ganze Heat-Ready und beim Fan-Trikot Air-Ready. Ihr werdet auch merken, dass der Stoff deutlich dünner ist. Und als letzten Punkt, das mich eigentlich am meisten stört, sind die Designs. Bei der Play-Edition habt ihr deutlich mehr Details und teilweise auch minimale Farbunterschiede. Während ihr vielleicht bei der Play-Edition noch gewisse Gravuren am Ärmel zum Beispiel habt, habt ihr diese gar nicht bei der Fan-Edition. Das finde ich etwas schade, denn teilweise sehen die Trikots wirklich etwas anders aus, bei genauem Hinschauen. Aber das wird vielleicht nicht jedem wichtig sein, beziehungsweise auch auffallen, aber mir schon. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, aber vorerst müssen wir mal ansehen, wer bei diesen Trikots überhaupt mitverdient. Hier als Beispiel das Deutschland-Trikot von Adidas aus dem Jahre 2018. Das größte Stück vom Kuchen erhält der Sporthändler, also die, die das Trikot verkaufen. Wenn ihr es nicht direkt bei Adidas kauft, das sind um die 40 Euro, dann natürlich Adidas selbst mit 17 Euro. Danach will ja auch der Staat etwas davon abhaben, in diesem Fall sind es 14 Euro. Und hier ist sehr interessant, die Herstellung und der Transport machen nur 8,60 Euro aus. Hinzu kommen dann auch die Lizenzgebühren, die man an den DFB übergeben muss, das sind 5,50 Euro. Und natürlich muss das Trikot auch beworben werden, dafür gehen nochmal 2,60 Euro ab und dann noch 2,25 Euro für den Vertrieb. Hier ist sehr gut zu erkennen, 2018 hat das Trikot noch um die 90 Euro gekostet, heute sind wir schon bei 100 Euro. Doch wie kommt es nun zu dieser gewaltigen Preissteigerung? Diese Preissteigerung habt ihr sicherlich auch in eurem privaten Umfeld gemerkt. Ob es jetzt die Miete ist, die Energiekosten, die Lebensmittelkosten, alles ist extrem gestiegen und natürlich auch dann die Trikots. Schauen wir uns jetzt mal an, was Trikots vor ein paar Jahren gekostet haben, damit wir einfach ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sehr die Preise gestiegen sind. Das sind die Preise der DFB-Trikots aus den letzten Jahren. Fan-Trikot ohne Beflockung. Zur EM 2004 haben die Trikots noch 65 Euro gekostet. EM 2008 erster richtiger Preisanstieg von 5 Euro. 4 Jahre später zur EM 2012 kommen nochmal 10 Euro hinzu. Wieder 4 Jahre später zur EM 2016 kommen nochmal 5 Euro dazu. EM 2018 das gleiche. 2 Jahre später erneut 5 Euro. Und zur EM 2024 kommen dann gigantische 10 Euro auf den Verkaufspreis mit hinzu. Wollt ihr zum Beispiel auch noch die Emblems dazu haben, zum Beispiel das Champions League Emblem oder das Liga Emblem und oder auch noch die Rücknummer, dann seid ihr mindestens 10 bis 25 Euro noch dazu los. Diese Preispolitik erklärt natürlich auch, warum die Nachfrage und auch das Angebot nach gefälschten Trikots zu gestiegen sind. Ihr habt sicherlich auf TikTok oder auch auf Instagram zahlreiche Werbeanzeigen gesehen mit gefälschten Trikots. Die waren ja quasi gar nicht mehr zu übersehen. Und ich habe selber schon zahlreiche gefälschte Trikots getestet auf meiner Seite. Ob es jetzt Joy Football ist, ob es jetzt B1 ist oder ob es auch DH Gate ist. Wenn ihr diese Videos noch nicht angesehen habt, schaut sie euch gerne an. Gleich dazu, ich will ja wirklich keinen ermutigen, gefälschte Trikots zu kaufen. Macht ihr das, unterstützt ihr euren Verein dabei nicht und bekommt natürlich auch nicht die gleiche Qualität wie ein Originaltrikot. Aber durch diese Preise kann ich es natürlich verstehen, wenn man es macht. Ihr habt jetzt gesehen, dass es bei den Trikots um wirklich sehr, sehr viel Geld geht. Vor allem für sehr, sehr große Vereine macht das schon wirklich sehr viel aus, wenn man dieses Stück vom Kuchen dann bekommt. Auch wenn es nur ein relativ kleiner Stück ist. Und wir alle kennen die finanzielle Lage vom FC Barcelona. Barcelona versucht natürlich bei allem irgendwie Geld zu sparen oder auch mehr Geld zu bekommen. Und das natürlich auch bei den Fußballtrikots. Dementsprechend waren die Gerüchte gar nicht mehr zu überhören, dass Barca sich von Nike trennen will, dass sie entweder zu Puma wechseln wollen oder die Trikots wirklich selber produzieren und herstellen wollen. Wobei die Trikots selber herzustellen oder zu produzieren ist extrem schwierig. Das ist wirklich deutlich schwieriger als es klingt. Man muss schauen, dass die Qualität passt, dass die Designs passen, Logistik, Vertrieb und so weiter. Also da würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen. Warum will sich Barca von Nike trennen? Barca ist der Meinung, dass Nike keine marktübliche Summe bezahlt. Also ihr wisst, wenn zum Beispiel Nike Ausrüster von Barca werden will, dann müssen sie eine gewisse jährliche Summe überweisen. Und wie wir hier in der Statistik sehen können, bekommen die Katalanen 105 Millionen Euro jährlich. Das ist schon keine schlechte Summe, denn nur Real und Man United sind davor. Für Barca war es aber klar, bekommen wir nicht mehr Geld, sind wir weg. Entweder Puma oder eben die Eigenproduktion. Puma wäre tatsächlich auch bereit gewesen, mehr zu bezahlen und dazu noch einen fetten Bonus von 100 Millionen. Aber so wie es aussieht, hat dieses Androhnen von Barca Wirkung gezeigt. Denn Nike will jetzt doch ein besseres Angebot vorlegen. Man redet hier von 120 Millionen plus Unterschriftsbonus von 100 Millionen. Damit ist man dann auf gleicher Höhe mit Real Madrid und Adidas. So, wie sehen nun die Trikots zur neuen Saison vom FC Barcelona aus? Für alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen das im Grunde eh schon. Ich habe schon mehrfach in meinen Storys gepostet, wie die Trikots aussehen könnten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt mir gerne, da heiße ich genau gleich Barca Universum. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, jetzt dann der Einblick. Und ich kann euch versichern, dass diese Leaks zu 95% stimmen. Das heißt, die Trikots werden dann tatsächlich so aussehen, wie ich sie euch jetzt zeige. Also so sollen die drei Trikots vom FC Barcelona für die kommende Saison aussehen. Ihr habt hier das Heimtrikot in der Mitte, dann rechts das Auswärtstrikot in schwarz und dann so eine Art grün auf der linken Seite mit Gavi. Ich persönlich finde das Heimtrikot wirklich am schönsten. Das ist auch das Trikot, was ich mir sicherlich kaufen werde. Ich bin mir aber nur nicht sicher, mit welcher Rückennummer, ob es meine eigene Rückennummer sein soll, ob es ein Lamin Jamal mit seiner eventuell neuen Rückennummer sein soll oder auch vielleicht ein neuer Spieler, Nico Williams, Xavi Simmons, vielleicht mit der 10. Das ist noch so etwas, noch abzuwarten. Aber es wird sicherlich so in diese Richtung gehen. Mir gefällt das Heimtrikot wirklich sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat natürlich so ein bisschen wieder ein Retrosty, wir alle kennen diese Designs natürlich auch und ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr tolles, gelungenes Trikot. Ihr habt natürlich auch in der Innenseite, habt ihr eben diese 125, das heißt das Jubiläumsjahr vom FC Barcelona, 1899 gegründet. Viele von euch wissen das natürlich und dementsprechend auch hier noch quasi eine Anmerkung dafür. Diese Version sollst du dann natürlich wieder in lang geben. Diese langen Sleeves, die werden wieder populär, die kommen wieder. Die gab es dann mal eine Zeit lang nicht mehr, weil man einfach drunter diese Funktions-T-Shirts angezogen hat. Aber mittlerweile kommt das schon wirklich wieder in Trend, einfach gleich die langen anzuziehen. Und auch hier zu den schwarzen Trikots. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich jetzt hier vom Kragen halten soll, ob das wirklich was Geiles ist oder auch nicht. So am Foto gefällt es mir jetzt noch nicht so krass, muss ich sagen. Vielleicht wird das dann in echt etwas abgewandelt. Sonst von der Optik ist etwas Gewöhnungssache. Ich glaube, einigen von euch gefällt es extrem gut, einigen vielleicht etwas weniger. Dieses Rot und Blau, das sticht schon extrem ins Auge. Ihr könnt euch erinnern, die schwarzen Trikots mit den goldenen Akzenten vor ein paar Jahren, die haben mir wirklich perfekt gefallen. Und wärst du vielleicht wieder mehr mit goldenen Akzenten, dann würde es mir vielleicht eher gefallen. Aber ich sage, Barca hatte schon deutlich schlimmere Trikots. Ich finde das gar nicht so schlecht als Trikot. Das Trikot, was ich schlecht finde, ist leider das dritte Trikot. Und ihr seht es hier, es ist einfach nicht so meins. Und es erinnert natürlich auch etwas an die Jahre davor. Ihr merkt, diese Retro-Designs, die kommen immer wieder und wieder. Also man inspiriert sich wieder von alten Designs, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Man wandelt das etwas ab. Aber Freunde, vor allem Nike, bitte, mach dieses Nike-Logo gerade. Mach das nicht so schief. Was ist das? So ob einer betrunken irgendwie das Nike raufgekitzelt hätte? Bitte, mach das ganz normal. Von mir ist auch oben etwas verschoben. Das passt alles. Aber bitte nicht schief. Ich sehe jetzt schon die ganzen Memes kommen, wenn Barca diese Trikots veröffentlicht. Also bitte, Barca, Nike, bitte. Ganz normal, Nike raufpacken und fertig. Aber ansonsten wirklich relativ solide Trikots. Und ich werde auf jeden Fall das Heimtrikot kaufen. Freunde, ich habe das Gefühl, dass die Begeisterung für Fußballtrikots immer größer wird. Vor allem auch bei den Retro-Trikots. Und ich habe das Gefühl, dass Fußballtrikots viel alltagstauglicher sind. Früher hat man sie eigentlich nur beim Fußballspielen oder beim Sportreiben getragen. Und mittlerweile ganz normal im Alltag in Kombination mit einer Jeans. Man will einfach ganz stolz seinen Lieblingsverein präsentieren. Hey, ich mag den FC Barcelona und bin stolz darauf. Und das wissen natürlich auch die Hersteller. Dementsprechend heben sie auch die Preise immer jährlich an. Aber die Fans sind nach wie vor bereit, diese Summe zu bezahlen. Wer weiß, wie lange das noch gehen wird. Und eins kann ich euch auch versprechen, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern leider. Und auch die Unterschiede zwischen den Trikots habe ich euch in diesem Video erklärt. Ich hoffe, ihr kennt euch jetzt deutlich besser aus. Und ihr wisst auch, warum ihr vielleicht 140 Euro für gewisse Trikots bezahlt. Und für welche vielleicht nur 90 oder auch 25 Euro. Ich werde mir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann das Fantrikot holen, weil ich es einfach bequemer finde, wie dieses Authentic Trikot zum Beispiel. Freunde, habt ihr schon Vorstellungen, welche Trikots ihr für die neue Saison kaufen werdet? Egal von welchem Verein, wisst ihr schon, okay, dieses Trikot werde ich mir kaufen. Würde mich sehr interessieren, daher schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, Freunde, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert gerne, würde mich sehr freuen. Und ja, das war es eigentlich, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Adios.